Moin Leute, heute gehen wir in Mr. Miyagi in Dubai. Genau Leute, nach der tollen Shoppingtour gehen wir jetzt erstmal ins Mr. Miyagi hier in Dubai. Das soll eine super coole Bar sein. Wir sind schon sehr gespannt wie es wird. Bis gleich. So Leute, jetzt sind wir bei Mr. Miyagi. Hallo mein Freund, wie geht's dir? Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Hallo, 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 hallo. So, hallo, hier geht's weiter. Das ist glatt. Wenn der reiss, wird die hoch schlafen, dann sieht es nur rein. Wenn ihr das mit dem Mundkipp, dann ist es nur rein. & Wiis accent. Und dein ist es auch? Wenn dir es noch im Dschungл ist, denkst du nur ein bisschen Dschungel. Meist du Arme, Gaffee, bei mir. Ich batterisch nicht, erwischt es doch gar nichts. Nein! What can you make me feel this way? Woohoo! When I say I want it that way of me So, good morning Leute! Heute werden wir den Aquaventura Wasserpark in Dubai besuchen. Wie es da aussieht und wie ihr vor allem umsonst da reinkommt, zeigen wir euch in diesem Video. Viel Spaß!